Verlaufen ansonsten! ... des Abzugs und wir sagen ganz klar, das ist hier der... ... wenn ihr auch nicht ganz überzeugt seid, dass die Politik der Bundesregierung in eurem Interesse... ... davon sind wir im Augenblick bei dieser Bundesregierung sehr weit entfernt. Die Regierung schlittert, weil wir jetzt teure Energie, vor allen Dingen auch in den USA, einkaufen. Ich bin völlig opposiert zu allen Weaponslieferungen, besonders zu senden mehr eskalierende Weapons. Es ist ein Kreuzmissil, das kann bis 300, 400, 500 Kilometer gehen. Es ist jetzt eine Debatte in der deutschen Publikum. Ich denke, die Mehrheit der Bevölkerung ist sicherlich gegen. Das hat sich verändert. Das war nicht der Fall in den vorherigen Weapons senden. Aber jetzt sehen sie, dass sie nur mehr Weapons senden und mehr Weapons senden. Es ist kein Ende für das. Das heißt, dass wir noch mal ein neues Sicherheitssystem haben, ein pan-europeer Sicherheitssystem, und zwar auch Russland, das ist für die Darmung. Und insofern von dem, die NATO wurde gespandet. Die NATO wurde gespandet, besonders nach dem Westen. Das wurde mehr und mehr für Russland. Das wurde als eine Bedrohung für sie. Das ist einer der größten Ursache der aktuellen Krieg. Das war der wichtigsten Rande. Die NATO wurde gespandet. Alle Zeit? Vielen Dank.